hallo zusammen heute melde ich mich mal wieder zu wort was ich ja nicht so gerne mache was in erster linie daran liegt dass ich meine stimme nicht so gerne höre wenn ich die videos schneide aber vorhin habe ich dieses repon gefunden und zwar lag das in der autobahn auffahrt abfahrt in genau der gleichen wo ich damals auch den mäuse bus hat gefunden habe also diese abfahrt bzw auffahrt liegt in der wirklich sehr sehr ungünstigen lage was vogelflug und vogelschäden anbelangt besonders traurig hat es mich gemacht da ich ja genau dort um die ecke zwei repon strecken habe wo ich jedes jahr monitoring macht und dieses jahr generell nur zwei singende hähne finden konnte während ich letztes jahr ungefähr um die gleiche jahreszeit 15 reponer zählen konnte an einem tag und in der kleinen blaumeise oder eine amsel halte ich natürlich nicht auf der autobahn und lauf da zurück aber ich habe gleich gesehen dass es was anderes sein muss erst mit der liebe kohle gerechnet weil die dort auch in der nähe zu gast sind aber leider ein repon was ich gefunden habe kann blut aus dem schnabel da kann man fest von ausgehen dass es einfach gegen einen lkw geflogen ist oder sowas und ich vermisse das jetzt mal dass man so eine vorstellung kriegen kann wie groß das ist die länge beträgt bei dem hier ungefähr 15,3 zentimeter da ich kann anschlag lineal habe sondern nur ein zollstock ist ein bisschen schwierig die größe von diesem repon beträgt etwa 31 zentimeter die spannweite bei diesem toten repon beträgt etwa 50 zentimeter die schnabellänge ziffer ich hier etwa mit elf bis zwölf millimeter je nachdem wie man den kopf hält die fuß länge sind etwa acht zentimeter die krallen sind nicht ganz schön groß der mittlere c hat ungefähr 4,1 zentimeter länge die schnabell SAND die steen die schnabellk Das war eben ein bisschen ekelhaft. Ich habe gedacht, hier hängt Kacke. Ich wollte die rausziehen und habe dann gesehen, ich ziehe anscheinend da den ganzen Darm raus, wenn ich transziehe. Also ich lasse den Vogel jetzt in Ruhe. Wollten wir euch mal zeigen, weil er wirklich ein schöner Vogel ist. Ein seltener Vogel. Einer, der es wert ist, dass man für ihn kämpft. Und so ungern die Landwirte das hören wollen, sind leider neben dem Autoverkehr wirklich der größte Feind dieses Vogels und der größte Faktor, dass er am Aussterben ist. Zum Schluss noch das Gewicht, wobei ich da ja gar nicht weiß, wie lange der da schon liegt, ob er schon Gewicht verloren hat. Aber so lange kann er noch nicht gelegen, weil wir da sehr viele Rabenkrähen haben. Die hätten ihn wahrscheinlich sonst schon zerlegt. Wobei ich ja einfach mal der sage, ohne zu wissen, ob es ein Mädchen oder ein Männchen ist. Na dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und vor allem auf die Vogelwelt.